So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 22. November 2021 gemeinsam mit Mark. Jetzt wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und die jüngsten Entwicklungen natürlich einordnen, die wir zu sehen bekommen. Einen Augenblick, ich höre mich gerade im Hintergrund. Ah ja, das hat damit zu tun, dass hier der Ton an ist. Sehr schön. Also, ich schreibe mal ganz kurz noch guten Morgen in die Chatbox. Das ist dann auch der Ort, wo ihr alle eure Fragen stellen könnt. Guten Morgen, Trailers. So, ja, wir wollen heute einen Blick werfen auf die Entwicklung natürlich im DAX aktuell. Top Outzer gegen die 16.3. Der kleine Verfall ist da jetzt durch. 16.1 konnte im ersten Versuch gehalten werden. Mal schauen, wie es dort auf der Unterseite weitergeht. Aktuell jedenfalls der Vorteil erstmal auf der Short-Seite. Ich würde die Bäume für die Bären nicht in die Höhe wachsen sehen. Das hat damit zu tun, dass wir am Donnerstag in den USA einen Feiertag haben, und zwar Thanksgiving. Dann am Freitag haben wir Black Friday und infolgedessen auch einen verkürzten Handel in den US-Märkten. US Futures sind offen, aber nichtsdestotrotz eben nur verkürzt handelbar, meines Wissens nach 19 Uhr. Ich glaube, Equities sind komplett zu. Sogar sehr wahrscheinlich sind die komplett zu. Das bedeutet, also unser Fokus diese Woche wird sich besonders auf die ersten drei Handelstage richten. Wir haben sicherlich ein mögliches Play in Zoom im Zusammenhang mit den Earnings, die jetzt anstehen, die dort veröffentlicht werden, dann am, äh, heute Abend, ja, nachbörslich tatsächlich. Da werfen wir auch einen Blick drauf. Durchwachsende Performance, die wir in Gold zu sehen bekommen. Silber, stabil. Mein Goldtrade, ähm, der ist raus jetzt aktuell erst einmal. Also ausgehend von den jüngsten Entwicklungen, die wir zu sehen bekommen. Möglicher Grund, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, und irgendwie verdichten sich die Anzeichen, dass es sich dort um eine Deckelung wieder seitens des, ähm, Optionsmarkt, beziehungsweise des Papiergoldpreises eben handelt, und derjenigen, welchen, die dort ihre Interessen haben, hat man schon sehr, sehr oft beobachten können. Schwache Eröffnung, wir sind jetzt kurzzeitig mal unter die 8,40 geflasht, sind wieder zurückgekauft worden. Also, Silber hat die Bewegung nicht mitgemacht, was diese Wahrscheinlichkeit erhöht. Morgen nachbörslich ist dieser kleine Verfall durch. Das blicken wir uns auf jeden Fall mal, schauen wir uns etwas genauer an. Ähm, auch wie wir möglicherweise wieder uns in einen Trade dann mit Ausblick, denn das bullische Bild bleibt weitergegeben, natürlich positionieren. Ähm, heute, ne, auch wenn es nicht so wichtig ist, aber nichtsdestotrotz, das gesichtliche Homesales könnte eine Entwicklung im Zinsmarkt nach sich ziehen. Ähm, wir werfen einen kurzen Blick auf Bitcoin. Ähm, da ist eine technisch ganz interessante Konstellation, ähm, nach der jüngsten Schwäche und im Flasch unter die 16.000er Marke, könnte ganz interessant werden. Also, wir haben auf jeden Fall einiges, was wir heute abdenken wollen. Bevor wir ganz offiziell beginnen, zunächst einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden, mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, mache man sich zunächst mit dem vertraut und entscheidet dann, ob der Handel sich mit diesem Produkt für einen eignet. Dann der nächste Schritt zu markets.com.de. Da kann man eine kostenlose Demo risikofrei sich herunterladen, beziehungsweise risikofrei den Handel dann beginnen. Und wenn man dann schlussendlich die Entscheidung trifft, dass der Handel sich für einen eignet, dann, wie gesagt, ist der Weg zum Live-Konto über Markets sicherlich auch nicht besonders weit. Weitere Informationen zur gesamten Produktpalette, auch darüber hinausgehend, über CFDs, FX-Produkte, physische Aktien, ETFs, eben bei Markets auf der Webseite zu finden. Gerne auch eine E-Mail an die Elena senden. Mich gerne kontaktieren, wenn ihr Fragen rund um die Märkte habt. Jetzt hier live im Morning-Meeting die Fragen gerne in der Chatbox stellen. Gerne eure Fragen unterhalb dieses Videos posten. Wenn ihr diese Aufzeichnung jetzt bei YouTube anschaut, gerne Like da. Lasst gerne auch das Video teilen, falls euch das gefallen hat und ihr es eben über die Kanäle schicken wollt. Nutzt gerne die Möglichkeit, mich per E-Mail zu kontaktieren, jklatt.jk-trading.com, wenn ihr Fragen rund um das Thema Trading habt. Gerne die Trading-Chatbox bei mir auf der Webseite, jk-trading.com. Die Discord-Community auch. Twitter bin ich auch verfügbar. Also es gibt Mittel und Wege, auf jeden Fall mit mir zusammenzufinden. Und dann switchen wir einmal hier jetzt in die MarketsX-Handelsplattform. Haben hier einmal den DAX, der sich jetzt in Richtung neuer Tagestiefs orientiert. Dazu gleich ein bisschen mehr. Das ist auch dahingehend, es korrespondiert, auch wenn ich nicht glaube, dass die Bola besonders hoch ist, aber das korrespondiert relativ gut, was wir derzeit zu sehen bekommen, mit meiner Einschätzung, das ist die Inflection, die 16.2 sein dürfte. Und alles, was unterhalb stattfindet, eben eher short ist, mit Potenzial in Richtung nochmal der Tips von letzter Woche Freitag, die dann hier rund zur Eröffnung, äh, zur Öffnung, zum Verfall, Verzeihung, zum Verfall eben angelaufen war, die 16.100er-Bereich. Bevor wir da einen Blick drauf werfen, gucke ich noch einmal ganz kurz hier in die Chatbox, ob alles gut übertragen wird. Das sieht aber gut aus. Das sieht auch gut aus. Sehr schön. Okay, dann mache ich jetzt noch ganz kurz Folgendes. An alle diejenigen, die bei YouTube schauen, ähm, falsches hier Schwierigkeiten geben sollte, switcht gerne mal rüber zu Switch. Da gibt es meinerseits den gleichen Stream. Da gab es noch nie Schwierigkeiten. Ich hoffe auch, dass das so bleibt. Dreimal auf Holz gibt es auch, zweimal. Und, äh, ja, also, Bitcoin schauen wir gleich drauf. An Tore, ähm, habe ich, habe ich auf dem, habe ich auf dem Schirm. Bevor wir auf Bitcoin schauen, wie gesagt, ganz kurz hier der Blick auf den, auf den DAX, beziehungsweise auch darüber hinausgehen, S&P und dergleichen, mit Ausblick eben auf den Verfall, äh, auf den Verfall, mein Gott, auf den, auf den Thanksgiving Day, den wir am, äh, Donnerstag eben haben. Also die 16.200er, die ich hier im DAX herausgestellt habe, sind Thiefs, die sich hier herauskostellisieren, hatten am Donnerstag schon letzte Woche. Da konnte dieser Bereich um 16.200er gehalten werden. Von da gab es nochmal einen Bounce, der uns dann in Richtung der 16.300er geführt hat und kurz vor diesem kleinen Verfall am Freitag auch für die marginale Markierung neuer Allzeithochs gereicht hat. Und dann rollten wir eben über, brachen dieses Niveau und haben es auch nicht geschafft, diesen Bereich zurückzuerobern. Und das hatte sich schon eben am Freitag hier herauskristallisiert. Wir sahen da diesen, diesen Flushout. Auch zum Morning Meeting haben wir schon einen Abgabedruck ja gesehen. Und dann haben wir es nicht geschafft, auch nachmittags mit den US-Märkten hier diesen Bereich zurückerobern zu können. Schlossen unterhalb. Haben heute früh jetzt einen verhaltenen Versuch gesehen, diesen Bereich zurückzuerobern. Verhalten deswegen, weil wir können doch deutlich erkennen, dass die Volatilität sich hier derzeit zum Wochenstart sehr, sehr in Grenzen hält. Wir toppen gegen diesen Bereich aus, droppen unter den EMA 50, halten uns übergeordnet unterhalb dieser Inflation von 16.2. Das ist eigentlich ein relativ klares Short-Signal, zumindest jedenfalls kurzfristig. Und wir sollten an der Stelle dann eben jetzt potenziell hier den DAX in Richtung nochmal der 16.100er-Region vermutlich driften sehen in den Folgestunden. Starke Dynamik, so weit würde ich jetzt an der Stelle nicht gehen, aber nichtsdestotrotz. Also das ist so ein anzuwiesendes Ziel dieser Region, um die Tiefs von Freitag, diese grün gestrichelte Linie, die ich da anvisieren würde. Sofern wir unter dieses Level rutschen würden, wären auch weitere Abschläge denkbar, die uns ein bisschen Gefilde um 16.000, 16.030 Punkte eventuell führen. Und das korrespondiert dann ziemlich genau auch mit dem, was ich heute früh beispielsweise bei Twitter oder auch im Forum geschrieben hatte, im Hinblick auf die Erwartungshaltung zum DAX. Diese Divergenz aus rein technischer Perspektive, die scheint also sich zu entfalten. Nichtsdestotrotz, also wir hatten sie zum Thema gemacht letzte Woche, deswegen zeichnen sie sich jetzt hier nochmal ganz kurz ein. Nichtsdestotrotz kommt es dadurch jetzt nicht zu einer deutlichen charttechnischen Eintrübung. Also dass der Markt eine leicht topische Tendenz hat, dass der Vorteil auf der Oberseite nicht mehr so stark gegeben ist, das hatten wir zum Thema gemacht, das hatte sich durch diese Divergenz abgezeichnet. Jetzt kam es eben zu diesem etwas härteren Flushout, in Anführungsstrichen. Also wir sehen immerhin eine Bewegung von 200 Punkten. Wir müssen das aber auch immer im Gesamtkontext betrachten, dass wir uns eben hier bei einem Indexstand von 16.300 Punkten bei 200 Punkten leicht mehr als 1% im Minus bewegen, was jetzt nicht so riesenlos negativ ist, tatsächlich würde ich jetzt mal sagen. Und tatsächlich würde ich auch sogar so weit gehen und sagen, alles was oberhalb von 16.000 Punkten stattfindet, ist eher bullisch tatsächlich. Und wir würden wahrscheinlich sogar CAV-technisch attraktive Niveaus bekommen. Das korrespondiert auch relativ gut tatsächlich mit dem Ausblick für den S&P, bei dem ja auch eine potenzielle Jahresendrallye beginnt, so ein bisschen eine Rolle zu spielen. Der präsentiert sich unglaublich stark, weil einfach auch die Big-Tag-Names eine unglaubliche Stärke eben tatsächlich zeigen. Ich will mal ganz kurz, damit ich gleich den Übergang ein bisschen besser hinbekomme, einmal hier noch einen Tweet vorbereiten. Den Link. So. Einen Augenblick, ist der das? Vor zwölf Stunden angehefteter Tweet. Obwohl, das kommt gut hin. Einen Moment. So, den nutzen wir gleich. Stichwort Jahresendrallye, ganz genau. Also, wir sehen ja den S&P weiterhin jenseits von Gut und Böse laufen. Ganz klar, bullische Vorgaben, die wir hier haben, verlieren so ein bisschen das bullische Momentum, aber das würde ich nicht unbedingt überbewerten. Ehrlich gesagt, so, also wir erkennen, dass die Aufwärtstrendlinie seit nunmehr eigentlich Ende Oktober, also sehr starke Gegenbewegung, ausgehend von den Tiefs, die wir hier Anfang Oktober ausgebildet haben, wir flachen so ein bisschen ab in diesem Zusammenhang, aber wir halten diese Aufwärtsequenz. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das höchste der Gefühle, was ich noch mir vorstellen könnte, wäre, dass wir vielleicht so einen kleinen Flushout zu sehen bekommen, S&P, mit Bruch unter dieses Niveau hier, 4,690, 4,680 ungefähr, das sind so diese auch vielleicht Tiefs, ja, das ist so die Region, also 4,690er Region, das ist so die Region, um diese europäischen, vorbörslichen Tiefs, die hier durch den Flushout auf den Weg gebracht worden sind, durch den Lockdown in Österreich, und die, also diesen Zusammenhang würde ich jedenfalls herstellen, dass das der Grund dafür war, was in den europäischen Indizes für Abgabedruck gesorgt hat und sobald wir unter diese Niveaus rutschen würden und somit dann auch diese, ich mach die mal farblich anders, ich mach die mal lila vielleicht oder pink, so, sobald wir unter diese pinkfarbene Trendlinie rutschen, könnte es sein, dass wir in Richtung nochmal dieser übergeordneten oder längerfristigeren Trendlinie dann laufen und es dann so zu einem Abbau dieses, auch weiteren Abbaus eben, dieses überdehnten Modus, das hier infolge dieser Gegenbewegung eben kommt, die dann allerdings der Ausgangspunkt eventuell für den Jahresendrally wäre. Also, sprich anders formuliert, dieser Push auf der Unterseite, vielleicht dann auch der, den DAX trägt in Richtung eben der 16.000er Region, sofern es überhaupt so einem unterschreitenden 16.1 kommt, könnte im Zusammenhang mit eben so einem Flushout hier auf der Unterseite in Richtung der 4.630er Region, das höchste der Gefühle wahrscheinlich 4.600, ich glaube allerdings eher, dass wir gleich oberhalb von 4.6 eben aus, einen Boden finden und gegen diesen Bereich dann erneut aufdrehen und dann eben eine potenzielle Jahresendrally starten. Also, das ist durchaus ein ernstzunehmendes Szenario. Das hat auch eben den Grund, weil die Bewegung, die wir hier sehen, also das ist eigentlich eine sehr starke Performance im S&P, ähnliche starke Vorgaben bekommen wir eigentlich auch im Nasdaq zu sehen. Sieht jetzt nicht mehr so schön aus, ehrlich gesagt hier, im Moment. Also, unglaublich stark überdehnter Modus auf der Oberseite. Wir laufen im Bereich der oberen Aufwärtstrendkanalbegrenzung, Moment, ich räume das mal ein bisschen hier auf, dupliziere die mal, dann sehen wir auch, dass das der Trendkanal oben drauf ist, der da jetzt angelaufen wird, das dann auch so ein bisschen das weitere bullische Potenzial abschöpft. Aber diese Performance, die wir hier im Nasdaq zu sehen bekommen, die ist dann deswegen beeindruckend, weil wir nämlich zeitgleich eigentlich nicht so einen starken Ausblick hier im Hinblick auf die Einzeltitel haben im Tag-Bereich. Also, anders formuliert, diese Bewegung wird getragen von unfassbar wenigen, aber marktkapitalisierungstechnisch sehr starken Titeln. Also, das heißt, wird getragen von einer Amazon, wird getragen von einer Google, von einer Apple, von einer Microsoft. Einzeltitel, starke Wachstumstitel im Tag-Bereich, wie beispielsweise, nehmen wir mal Zoom oder nehmen wir mal eine Roku oder auch eine Pinterest an der Stelle. Die haben jüngst eben sehr, sehr enttäuschende Zahlen gesehen, die dann nicht zu einem Bounce in irgendeiner Form, stärkeren Bounce beigetragen haben. Auch eine Zillow vielleicht an der Stelle. Das ist besonders im Hinblick auf den Housing-Market ganz interessant. Da werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Also, das sind Below-High, das heißt, das sind die Niveaus, die eben besonders im Zusammenhang mit diesem Growth-Run im Jahr 2020 stattgefunden haben. Den massiven Wachstumsaussichten, die einfach für vertikale Kursanstiege gesorgt haben. Und wir sind jetzt, wir handeln jetzt eben entsprechend so und so viele Prozent unterhalb dieser ausgebildeten, jüngst ausgebildeten Hochs. Da wird der eine oder andere vielleicht dazu tendieren, auch eine Peloton zum Beispiel, in minus 71 Prozent, da wird der eine oder andere vielleicht dazu tendieren und sagen, das sind ja schon fast wieder Niveaus, wo man sich die Frage stellt, ist das CRV-technisch nicht attraktiv, um sich long zu positionieren? Ja, ich kann den Gedanken nachvollziehen, ich wäre aber dennoch ein bisschen vorsichtig im derzeitigen Umfeld, weil das Risiko besteht, bei dieser relativen Stärke, und hier unten, also der Charlie Bilenow, der arbeitet das halt sehr, sehr schön raus, der zeigt halt, wie sich diese starken Growth-Titel eben hier in Gesamtrelation zum Nasdaq präsentieren, der bei nahezu null Prozent für den Handelstag eben hier verweilt. Also das heißt, der hat gestern, oder beziehungsweise am Freitag, hat der nahezu unverändert geschlossen, trotz dieses weiter voranschreitenden Abgabedrucks in den Einzeltiteln im Tech-Bereich. Und das bedeutet, etwas konkreter gesprochen, wenn wir jetzt diese starke Überdehnung auf der Oberseite sehen, die von wenigen Titeln getragen wird, kommt natürlich der Gedanke, dass man hier an der Stelle früher oder später erwarten sollte, dass wir mal eine Korrektur sehen und dann diese relative Schwäche in diesen starken Growth-Titeln sich dahingehend niederspiegelt, dass es da nochmal zu einem regelrechten Flushout eben tatsächlich kommt. Also es könnte sein, dass eben solche Titel wie eine Roku, wie eine Zillow, oder also Zillow vielleicht noch ein bisschen losgelöster betrachtet, eine Zoom vielleicht, ehrlicher Zoom deswegen spannend, weil die heute nachbörsig Zahlen berichten, dass da aber durchaus nochmal ein Schub auf der Unterseite stattfindet, bevor es dann zu einer sehr scharfen Gegenbewegung eventuell kommt. Das gleiche gilt auch für eine Peloton zum Beispiel. Da können wir auch mal ganz kurz hier einen Blick drauf werfen. Also Peloton, hat aus diesen Gefilden, und die haben jetzt einen Großteil eigentlich, dieses Runs, der dann auch Post hier oder der zweiten Jahreshälfte, besonders ab August stattgefunden hat, aufgeholt, beziehungsweise wieder hergegeben. Wir haben nahezu komplett, also was heißt komplett, wir haben noch ein bisschen Potenzial auf der Unterseite, bis es hier zu diesem Breakout auf neue Hochs kam, nämlich Post der Corona-Abschläge, in Anführungsstrichen, die uns damals unter 20 Dollar geführt haben. In der Konstellation ist es so, dass wir aus rein CAV-technischer Perspektive und im Hinblick auf die Wachstumsaussichten, auch dieses Home-Equipment, Home-Gym-Anbieters oder Sport-Equipment-Anbieters für zu Hause, dass wir eventuell den Gefilde eben vorstoßen, wo wir sagen können, die Region um 40 Dollar eventuell zeitnah, so ein Flash-Out-Moment, das könnte schon deswegen interessant sein, weil die Aktie einfach weiterhin, ausgehend von auch dem Gesamtmanagement, der Gesamtkonstellation, den Wachstumsaussichten, einfach realistisch das Potenzial hat in den kommenden zwei, drei Jahren vielleicht, ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber eventuell einen Bounce zu sehen, der uns deutlich zurück über 100 Dollar führt. Also das bedeutet, anders formuliert, wenn wir eben jetzt an der Stelle einen Flash-Out Richtung 14 sehen und dann davon ausgehen, dass wir über die kommenden zwei, also 24, 36 Monate, das ist natürlich sehr weit in die Zukunft geschaut und das setzt voraus, dass alles auch erstmal stabil bleibt im Hinblick auf den breiten Markt und dergleichen, besonders Growth-Titel dürften in einem turbulenteren Marktumfeld auch mit deutlich anziehenden Zinsen und anziehender Inflation und dergleichen wahrscheinlich deutlich auch Abschläge sehen, aber CRV-technisch, muss ich gestehen, hat irgendwie Peloton durchaus das Potenzial tief zurück über die 150, äh, nicht tief zurück, sondern tief zurück über die 100 in Richtung 150 vielleicht zu laufen und wäre dann durchaus ein Kandidat aus der Growth-Perspektive, der dann gegen diesen Bereich eben hier um, ja, round about 40 Dollar vielleicht, sofern es diesen Flash-Out noch gibt, ganz, ganz interessant werden könnte. Also das mal ganz längerfristig betrachtet, auch wenn das Bild, das charttechnische Bild auch besonders hier vor dem Hintergrund dieses massiven Gap-Downs auf den Earnings-Report, den wir dort am 4. November zu sehen bekommen haben, also am 3. nachbörstlich und dann besonders diese Gap-Down am 4. Das sieht nicht besonders vielversprechend aus, aber die Gesamtkonstellation, muss ich gestehen, ist nicht die unattraktivste CRV-technisch für so einen Kandidaten wie Peloton. Heute nachbörstlich haben wir, Achtung, ich habe die noch gar nicht reingeholt, deswegen, deswegen komme ich die hier gar nicht, Zoom, Zoom stellt, präsentiert Zahlen, ich will das mal ganz kurz hier zeigen, also recht dünn an dieser Stelle natürlich, eben durch den Ausblick, dass wir hier Thursday, Thanksgiving haben, beziehungsweise am Freitag diesen Black Friday und einen verkürzten Handel. Also wir haben heute nachbörstlich zunächst einmal Zoom mit Zahlen, so, da werfen wir auch mal einen Blick drauf, auch, naja, wir haben es ja jetzt gerade eben hier schon in dem Zusammenhang gesehen, Zoom, minus 56 Prozent unterhalb der Hochs, auch ein eigentlich starkes Produkt im Gesamtkontext, also starkes Produkt im Gesamtkontext bedeutet an dieser Stelle, dass die eigentlich, ich will nicht sagen konkurrenzlos sind, es gibt sicherlich auch andere Anbieter, aber Zoom, also persönlich jedenfalls, hat schon eine deutliche Präferenz, auch im Besuch, Business-Bereich ganz besonders und natürlich sind da massive Vorschusslorbeeren hier eingepreist worden, besonders in diesem massiven Wachstumsausblick, der damals hier im Ende August 2020, da, das war ein Earnings-Release, da haben wir einen Schlusskurs gesehen, um die, was waren es, 300 Dollar, Pi mal Daumen und haben dann auf den Earnings-Release hier über 50 Prozent Aufschläge gesehen, nur durch das Gap von 300 Dollar, sind in der Spitze gehandelt worden bei 480 Dollar, das war damals ein mega heißer Titel, Zoom, und hat auch eine mega Volatilität intraday-technisch eben gesehen, da kam es zu einem unglaublich scharfen Pull-In, also das ist alles hier stattgefunden innerhalb von einer Woche, also die Aktie war kurzzeitig mal der heißeste Titel an der Wall Street, 480 Dollar, bottom gefunden, also Boden gefunden gegen 350 und von dort dann innerhalb kürzester Zeit wieder in Richtung der Hochs angezogen und hat dann Mitte Oktober sogar um 600 Dollar die Aktie notiert, also das heißt, das war mal ein Zeitfenster, wo Zoom wirklich mega heiß war und seitdem hat die Aktie eben dann diesen massiven Vorschusslobeeren und diesen Wachstumsaussichten, den starken Wachstumspfad, der da skizzierte oder der sich abzeichnete, auch im Zusammenhang mit den Earnings, eine sehr, sehr scharfe Korrektur einfach gesehen und hat von diesen 600 Dollar eben jetzt Abschläge gesehen in der Größenordnung von fast 60 Prozent. Das Interessante ist jetzt, deswegen ist der Earnings-Release ganz interessant, den wir heute zu sehen bekommen, ob es eben zu einem Release kommt, der sich in das einfügt, was wir schon im Hinblick auf viele, die jetzt so dieses Rückpendeln sehen, ausgehend von dieser Stay-at-home-Attitüde, die eher wieder zurück zu einem Normal führt, dann an dieser Stelle, dass das eventuell dazu beiträgt, dass wir vielleicht einen etwas schwächeren Wachstumsausblick sehen, dass wir vielleicht so eine Art Flushout zu sehen bekommen in der Aktie dann, der uns unter die 200, oder deutlicher, unter die 250 R in Richtung zu 230 führt, also zwischen 230, 240 eventuell beginnenden Boden zu finden und dann wiederum bin ich auch hier aus CRV-technischer Sicht durchaus daran interessiert, mal über ein Long-Engagement nachzudenken, auch wenn das im Gesamtkontext relativ aggressiv anmutet, aber oder beziehungsweise der eine oder andere vielleicht sagen wird, ich möchte eigentlich ersehen, dass wir hier eine Rückeroberung dieser Abwärtstrend-Linie zu sehen bekommen, aber nichtsdestotrotz ist das durchaus ein Titel, den man so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, sofern wir diese Region eben um 230, 240 halten können auf der Unterseite nach einem enttäuschenden Earnings-Release. Vielleicht sehen wir auch einen Earnings-Release, der stark ist oder beziehungsweise der solide ist im Gesamtkontext, der weiter starkes Wachstumspotenzial suggeriert. Es gibt dennoch im Gesamtkontext eben diesen Flushout-Moment auf der Unterseite. Das Interessante in dieser Konstellation, ist die übrigens gerade? Kurz gucken hier. Moment. Moment. Ist hier gerade die Kamera? Jetzt müsste es besser sein, oder? So ein bisschen was. So ist besser. Da war so ein kleiner Schatten, vielleicht hat er noch ganz gesehen. Also, dass wir trotz eines starken Earnings wie diesen kurzen Flushout zu sehen bekommen und das wäre dann vielleicht so dieses Szenario, was auch im Hinblick beispielsweise auf Coles letzte Woche ganz interessant war oder auch in Bezug auf zum Beispiel Lucid. Das ist so ein Ruck-Pull-Überlegung. Also, das bedeutet, auf einem starken Earnings-Release siehst du dann einen kurzen Flushout auf der Unterseite und ein charttechnisch relevantes Niveau. Wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen in der Zukunft stochern, aber schon mal mental sich darauf vorbereiten. 2,30 diese Gefilde ungefähr. Könnte dann durchaus sein, dass wir uns gegen diesen Bereich stabilisieren. Quick Rebit zum Beispiel zu sehen bekommen und dass das dann auch Intraday ein ganz interessanter Bereich ist, gegen den man einen schärferen Bounce eben tatsächlich spielen könnte, wo wir als Ziel dann mindestens die 2,50 eventuell höher sehen. Also, das ist ja so ein bisschen in der Zukunft gestochert. Wir wissen nicht, in welche Richtung die Earnings ausgegeben werden. Wir sollten es auf jeden Fall aber im Hinterkopf behalten, dass das durchaus auch das trotz des sich abzeichnenden eher ruhigen Handels in der zweiten Wochenhälfte jetzt für heute nachbörslich beziehungsweise dann auch morgen eben mit Ausblick auf den US-Handel durchaus als eine interessante Aktie herauskristallisieren könnte, die wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten wollen. Stichwort Coles. Eigentlich gibt es nicht viel zu sagen. Naja, nicht viel zu sagen. Also, ich hatte sie gerade erwähnt gehabt, weil sie interessant war nach den Earnings hier. War ein sehr, sehr starker Earnings-Release und hatte die eigentlich ja für ein Second-Day-Play auf dem Schirm. Ist allerdings nichts geworden. Also, kein Trade, der in irgendeiner Form stattgefunden hat. Der ein oder andere hat es vielleicht in der Discord-Community gelesen. Das war einfach schwach, auch schon in der Vorbörse. Das war jetzt nicht wirklich überzeugend und dann Continuous Selling über den gesamten Handelstag. Also, alles was an Aufschlägen und dieses gesamte Gap, was wir zu sehen, bekommen haben. Das wurde nahezu komplett wieder abverkauft in der Aktie. Deswegen interessant, weil der Earnings-Release aber dennoch stark ist. Also, das bedeutet etwas anders formuliert. Wir schließen jetzt dieses Gap, laufen Gefilde um 56. Die Region würde ich heute genauer beobachten. Also, im Einzeltitelbereich, Coles scheint mir durchaus interessant zu sein. Wenn wir es schaffen, die 56 zu halten, also den Ausgangspunkt, den Schlusskurs, bevor die Earnings so stark dann veröffentlicht worden sind von letzter Woche Donnerstag. Nee, Moment, Mittwoch. Mittwoch war es. Wenn wir hier zu sehen bekommen, dass die 56 gehalten werden könnte, ist das CRV-technisch ein interessanter Bereich, gegen den man Coles Long sein könnte, mit Ziel nochmal eines schärferen Bounces zurück in Richtung der Higher 50s, beziehungsweise in Richtung der 60er-Gefilde, eventuell sogar. Und da kommen wir vielleicht dann auch mit einem kleinen Risiko in den Trade hinein. Den Gameplan werde ich auf jeden Fall hier noch präsentieren, beziehungsweise niederschreiben und entsprechend in der Discord-Community einstellen. Das ist nach diesem scharfen Abverkauf hier am Freitag, wir komplett abgeben auf einen sehr starken Earnings-Release, auf einer sehr starken Post-Earnings-Reaktion der Aktie, ist das eher ein Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir 56, wenn wir sie halten, zunächst einmal nutzen, um dagegen entsprechenden Bounce auf den Weg zu bringen. So, ja, das nunmehr erst mal zu den Einzeltiteln. Blicken wir einmal auf Gold, beziehungsweise in der Nachbetrachtung auf meinen Trade. Okay, Bitcoin und Crude schauen wir uns auf jeden Fall auch noch an. Also, was ich natürlich überhaupt nicht mag, ist gerade, dass wir nach diesem starken Ausbruch auf der Oberseite und halten, kein weiteres bullisches Momentum aufgenommen haben, sondern stattdessen eben diese Top-Ort-Struktur oder dieses Ausbilden dieser Seitwärts-Range weiter fortführen. Das ist nicht unbedingt das schwächste Signal. Es unterstreicht eventuell, dass dort der eine oder andere Marktteilnehmer versucht, Gold zu deckeln auf ein bestimmtes Niveau. Stichwort Manipulation seitens eben dann auch ganz besonders der Bullion-Banks und derer, die dann im Hinblick auf den Papiergoldmarkt besonders in Bezug auf den Terminmarkt besonders auf die Optionen hier ein Interesse haben, entsprechend charttechnische Niveaus eben zum Verfall unterschritten zu sehen. Im Zusammenhang ich will das mal ganz kurz hier zeigen, um das uns zu untermauern. Wir haben ja dieses Open Interest schon zum Thema gemacht. So, jetzt gucken wir mal kurz Produkts, Metals, Gold. So, jetzt habe ich mal, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber der Heiko hat mir einen Tipp geschrieben im Form, wir müssen mal kurz gucken. Strikes Auto-Include Max Open Interest gucken. 6, apply. Das ist ein bisschen größer. Ne, das war der falsche einen Augenblick. Calls, Putz. Okay, das wollen wir uns auf jeden Fall also angucken. Moment. Ah, ja, ich verstehe. Wartet mal. Vielleicht ist das besser. Ja, perfekt. Wir mussten nämlich jetzt die rausnehmen, wo das höchste Open Interest gegeben ist. Jetzt sieht man das auch ein bisschen klarer, da haben wir ein ganz klares Niveau. Guck mal hier, Calls, 1850. Unglaublich, unglaublich hoher Balken. Ganz kurz zur Erinnerung. Sehr grob skizziert, aber einfach, damit wir das verstehen. Das sollte man nicht unterschätzen. Also das ist mit Abstand das höchste. Innerhalb der Range zwischen 8,20 da unten und 8,80. Das ist der Bereich um 8,50. Deutlich herausragend. Und ganz kurz zur Erklärung. Also ein Call, der verfällt wertlos, wenn wir darauf Optionen schreiben. So. Der verfällt wertlos, wenn wir unterhalb des Strikes verfallen. Und wenn der Strike 1,850 ist, das ist die Optionsprämie. Wenn der Strike 1,850 ist, dann willst du natürlich, dass der Markt unterhalb dieses Niveaus sich darstellt. Also der soll hier handeln und das ist offensichtlich kleiner 1,850. Wenn wir also jetzt im Hinblick auf den Chart sehen, dass Gold hier eben deutlich unterhalb dieses Niveaus sich stabilisierend präsentiert und auch eine Gegenbewegung nicht stattfindet, nachdem wir bereits letzte Woche am Freitag unter dieses Niveau gedrückt worden sind, regelrecht. dann, Moment, jetzt habe ich mich verklickt, dem Roma. Dann sollte klar sein, dass wir im Hinblick eben auf diesen jetzt anstehenden Verfall, der, ganz kurz hier drauf geklickt, am 23. November stattfindet. Also heute ist der 22. Morgen, Dienstag, 23. November. Da verfallen diese Optionen, dass hier offensichtlich seitens des Optionsmarktes ein extrem hohes Interesse besteht, dem Markt unterhalb dieser 1,850 zu setzen oder zu fixieren. Was das unterstreicht ist, dass wir zeitgleich Silber sehen, zwar auch mit einer zunächst folgenden bärischen Action, aber seitdem, seitdem wir hier gegen die 24.50, das ist ganz knapp übrigens gewesen, mein Stop liegt bei 24.49, also während ich in Gold rausgeflasht worden bin, unter die 8.40, 8.41 war es, habe ich hier den um 1 Cent nicht gekommen, den Stop aus. Also ich bin weiter in Silber long und möchte auch gerne long sein, weil ich weiterhin eigentlich das Bild als positiv erachte. Aber zurückkommend auf die Optionsbetracht, und was wir hier erkennen können ist, dass wir eine Gegenbewegung sehen, die uns deutlich gegen die Tiefs zurückbewegen lässt, mehr als 1% einen Bounce zu sehen bekommen, die wir zeitgleich in Gold nicht sehen. Das zeigt also etwas anders von mir, dass man künstlich versucht, Gold offensichtlich niedrig zu halten beziehungsweise unter der 1,850 zu stabilisieren. Also ich sehe das zumindest bestätigt und deswegen möchte ich auch derzeit, tatsächlich bin ich traurig darum, dass ich jetzt ausgestopft worden bin, weil ich ehrlich gesprochen ausgehend von dieser Beobachtung, die wir jetzt hier sehen, nicht wirklich weiß, wessen Geistes Kind die Herrschaften sind und ob die dann nicht eventuell noch ein bisschen andere, in Anführungsstrichen, Schmutzigkeiten auf der Unterseite provozieren wollen und noch deutlicher, vielleicht auch unter das Ausbruchniveau führen wollen, wo ich ja den Long Trade vor anderthalb Wochen in Gold in Folge des Breaks durch die Inflationszahlen aufgebaut hatte. Also das heißt, anders formuliert, in Silber habe ich den Stop weiterhin, der ist ja heute früh nicht angelaufen worden, habe ich den Stop weiter im Markt und die Position besteht, ein bisschen Glück gehabt, aber nichtsdestotrotz, ich habe die Position weiterhin, in Gold bin ich ausgestopft worden und bin nicht wirklich traurig darum, ausgestopft zu sein, weil ich eben die derzeitige Späche oder dieses künstliche Niedrighalten des Goldpreises beobachte und durchaus auch noch in Betracht sehe, die Option habe, dass wir da vielleicht noch weiteres bärisches Momentum sehen. Unabhängig davon, jetzt im Hinblick dann auf Silber beziehungsweise auch äquivalent auf Gold, also besonders im Silberbereich, wir sehen, wir scheitern noch an dieser Region, aber früher oder später könnte diese Abwärtssequenz durchaus gebrochen werden und solange wir auch die 24,50 halten können, also der Stop da erscheint wirklich perfekt zu liegen, denke ich, haben wir mit Break über diese Trendlinie dann durchaus noch mal Potenzial auch in den kommenden Tagen, besonders eventuell in der zweiten Woche, besonders wenn dann eben dieser Druck vom Optionsmarkt abnimmt, und der Handel grundsätzlich ein bisschen ruhiger wird, haben wir durchaus realistisches Potenzial nochmal deutlich zurück über die 25 zu laufen im Falle von Silber beziehungsweise dann auch nochmal im Falle von Gold die 1,870er-Region anzulaufen, sofern wir und solange wir diese Ausbruchregion eben tatsächlich halten können. Spannend wird heute tatsächlich, wie sich die um 16 Uhr anstehenden sogenannten Existing Home Sales präsentieren. Das sind die Verkäufe bestehender Häuser. Das ist eigentlich jetzt kein so spektakulärer Datensatz. Ich will es auch nicht überbewerten, aber man sollte so die Gedanken dahinter so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir haben nämlich in dieser Konstellation eine potenzielle Bias, einen Mess oder einen Barometer so ein bisschen im Hinblick auf die Marktteilnehmer, wie ihre Inflationserwartung ist. Also ich meine, klar, wenn du einen Notenbanker hörst, wir hatten das jetzt durchaus so höfiger zum Thema gemacht, der wird dir erzählen, naja, es ist alles contained und transitory und was weiß ich, was ihr da für Begrifflichkeiten seitens der FED eben wählen. Das ist zwar schön und gut, aber unterm Strich sind das eben auch nur Notenbanker. Ja, die haben Stellschrauben, die können zum Beispiel im Hinblick auf Anleiheraufkäufe diese steuern, die können die Zinsniveaus steuern und dergleichen, aber unterm Strich, sehr plump, sehr einfach gesprochen, sind wir es. Also wir als Verbraucher, die darüber, oder auch Unternehmer an der Stelle, auch als Produzenten, Erzeuger, dann entsprechend die Produkte eben an den Markt bringen, die über die Preisniveaus bestimmen und die über den Markt, also wo der Marktmechanismus greift und über Angebot und Nachfrage entsprechend eben dann die Preise bestimmt. Ja, Preise bestimmt. Und nun ist es einfach so, dass wenn du im Hinblick jetzt auf bestehende Häuserkäufe hier eine deutliche Aufwärts-Tendenz siehst, so wie wir es im letzten Monat überraschenderweise zu sehen bekommen haben, also der Print lag deutlich über der Erwartung. Für den Monat September, sind letzten Monat, am 21. Oktober, 6,29 Millionen Häuser, bestehende Häuser, also Existing Homes verkauft worden, erwartet wurden nur, nur in Anführungsstrichen 6,09 Millionen. Beziehungsweise der Trading Economic Vorkast lag sogar leicht unterhalb von 6 Millionen und der Print lag auf tatsächlich fast im Jahreshoch. Also fast im Jahreshoch, das ist ein bisschen übertrieben, weil im Januar lagen wir mal 6,66. Aber das war zumindest mal der zweithöchste Print seit Jahresbeginn, den wir hier gesehen haben. Also das sind die Monatsbalken entsprechend. So, lange Rede, kurzer Sinn. Warum könnte das denn so sein? Was ist denn der Grund dafür, dass man diese bestehenden Häuser jetzt verstärkt gehandelt sieht beziehungsweise verkauft sieht? Oder viele Käufer, wo ein Verkäufer ist, muss natürlich auch ein Käufer auftreten. Wie kann so etwas sein? Das hat potenziell damit zu tun, dass hier diejenigen, welchen Käufer diese Häuser sagen, wir wollen uns gegen potenziell anziehende Zinsen absichern in Bezug nämlich auf die Hypothekendarlehen, die wir jetzt hierfür entsprechend in Anspruch nehmen. Und anziehende Zinsen, die resultieren im derzeitigen Umfeld nicht, weil die Wirtschaft so toll prosperiert und alles super ist und Friede, Freude, Eierkuchen und die Leute eben unternehmerisch tätig sind und nach Jobs suchen und lächzen, Geld verdienen und die Welt bewegen wollen, sondern das hat vor allem den Grund, weil wir anziehenden Inflationsdruck sehen auf breiter Front. Und demnach versucht sie dir jetzt bereits Preisniveaus zu sichern, von denen du ausgehst, oder beziehungsweise Zinsniveaus zu sichern, von denen du ausgehst, dass du sie in beispielsweise zwölf Monaten nicht mehr zu sehen bekommst. So ließe sich das durchaus interpretieren. Deswegen ist dieser Datensatz ganz interessant, denn er hat aus dieser Perspektive natürlich dann erwartet, oder beziehungsweise es spiegelt eine Erwartung vielleicht wieder im Zusammenhang mit dem Zins und es könnte infolgedessen zu Volatilität dann in zinssensitiven Bereichen, besonders im Edelmetallsektor Gold, Silber beispielsweise kommen. Also das ist durchaus etwas, das sollte man im Hinterkopf behalten, wobei die Überlegung ist, sobald die Zahl höher als erwartet veröffentlicht wird, heute wird sie erwartet bei 6,2 Millionen, sobald die über der Erwartung liegt, könnte das ein Spike in Zinsen nach sich ziehen, der eher bärisch für Edelmetalle wäre, sollte die Zahl deutlich unter der Erwartung reinkommen, also das nur ein kurzer Ausreißer gewesen sein, dann könnte es in diesem Zusammenhang sein, dass wir zwar eine weiter relativ hohe Inflationserwartung haben, aber zeitgleich der Zins, 10-jährige US-Schuldtitel, entfällt. Dadurch gibt es eine negative Realverzinsung, was wiederum bullisch für Edelmetalle wäre. Wobei ich ausgehend von dieser Manipulation, und da schließen wir den Kreis zum Trading-technischen, wobei ich dann das bullische Potenzial in dem Fall für Silber eher stärker einschätze als für Gold, ausgehend von dem anstehenden Optionsverfall eben morgen. Das ist meines Wissens nach, das kann ich jetzt nicht auf der Webseite sogar, und zwar die Frage, guck mal ganz kurz, PokerMatrixTV fragt, ob da eine Open, Moment, CME Options Expiration, ob es da eine Uhrzeit gibt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen gucke ich mal ganz kurz selber nach. 2pm Central, hier, guck mal. Also wenn du das googlest, dann sagt dir die FX Option Expiration Time an der Stelle, dass es 2pm Central Time ist. Central Time bedeutet CT, das ist Chicago, das heißt also, das sind mehr drin, das heißt also, oh Gott, Moment, ist das jetzt so ein plus eine Stunde? Dann sind sieben Stunden, glaube ich, Differenz. Central Time to Berlin. Ja, sieben Stunden, genau, richtig. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, kommen wir wieder mal zurück. Wenn wir jetzt 2pm Central haben, dann ist das folglich 14 Uhr Central, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit, unserer Zeit. die ist der Verfall. Ja. Bitcoin, richtig, Bitcoin, da wollten wir einen Blick drauf werfen. Und zwar, Drop unter die 60, sieht nicht gut aus. alles in allem, stärkere Abgabedruck, also sieht im ersten Moment jedenfalls so aus, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mir gefällt das ganz gut, weil, wenn du den Dip kaufen willst, dann, hast du nicht nur jetzt ein attraktiveres Chancen-Risiko-Verhältnis, sondern vielleicht auch beginnend eine potenzielle Chart-technische Relevanz, die da eine Rolle spielt, weil ich habe nämlich heute früh mal Folgendes gemacht, ich habe tatsächlich mir mal angeguckt, Moment, wo haben wir den denn? Hier, Fibonacci, 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 nein, da oben, hier ist Fibonacci. Ich habe einfach mal spaßhalber, also warum, warum ich jetzt hier an der Stelle mit Fibus arbeite, das hat eine relativ einfache Überlegung, die dem zugrunde liegt, weil ich einfach weiß, dass viele, viele Retail-Trader hier im Krypto-Bereich tätig sind und ich räume mal hier ein bisschen auf, damit das nicht so überladen ist. Nee, einen Moment, da fehlt noch einer. Ein Augenblick und ich aus der Perspektive mir sage, die werden verstärkt auf solche klassischen technischen Hilfsmittel wie beispielsweise Fibonacci-Retracements zum Beispiel schauen. Neben jetzt auch klassischen charttechnischen Überlegungen, die dann eine Rolle beginnende Rolle spielen, Trendlinien, ehemalige Widerstände werden neue Unterstützung und dergleichen. Also technische Analyse funktioniert im Krypto-Bereich unfassbar gut. Erstaunlicherweise beziehungsweise dann wiederum nicht so erstaunlich, wenn man sich vor Augen führt, dass eben viele Retail-Trader sich hier tummeln und in diesem Zusammenhang dann diese selbsterfüllende Prophezeiung, die technische Analyse einfach mit sich, die dem natürlich innewohnt, eben beginnt eine Rolle zu spielen. Und so, was ich jetzt hier an der Stelle habe, ist, dass ich sage, diese Region hier, um so 53.700, vielleicht ein Stück weit tiefer. Hier, das ist die 50.000er-Region da unten. Die ist deswegen schon mal interessant, weil es eben potenzielle Fibolevel sind, wenn ich die Bewegung nehme, Jahrestiefs, sind die Jahrestiefs eigentlich, wollen wir kurz gucken, nicht ganz, das sind nicht ganz die Jahrestiefs, aber es sind die die Mit-Jahrestiefs, also Mai, Juni, Juli, so in diesem Bereich, das sind ungefähr die 30.000er-Regionen und ich schaue mir dann die Jahres- und die aktuellen Allzeit-Tours an. Dann sehe ich diese Region eben hier zwischen 50 bis 38,2% Fib-Retracement-Bereich, liegt irgendwo zwischen 50.000 bis 54.000, ein bisschen tiefer vielleicht, nicht ganz, 53,7. Korrespondiert, ganz interessant hier mit dieser Aufwärtstrend-Linie. So, jetzt mache ich noch was, ich beginne jetzt sogenannte Cluster zu zeichnen, also beziehungsweise das Alleinstehen reicht mir noch nicht aus, was ich jetzt noch möchte, jetzt merke ich gerade, dass das irgendwie nicht so cool ist, aber Moment, ich gucke mal kurz, ob ich das hier vielleicht farblich ein bisschen anders bekomme. mach das doch mal pink, mach das doch mal, was haben wir jetzt hier, blau, ja, blau ist doch cool, und den können wir mal orange machen, so. So, das habe ich jetzt hier bewusst abgepasst, damit sich das farblich ein bisschen unterscheidet. Und, was wir jetzt erkennen können, ist, wenn wir dieses Zwischentief hier nehmen, also dieses relative Tief, was sich ausgebildet hat, bevor es dann diesen Breakout zurück über die 50er-Marke gab, also 50.000er-Marke hier gab, diesen dynamischen Breakout, und den mit den Hochs verbinden, dann erkennen wir, dass diese Region hier dann wiederum den Bereich herausstellt, aktuell die Region, das ist Region 38.2, die will ich aber tatsächlich ignorieren, mich interessiert vielmehr hier das 50% Retracement Level, welches im Bereich um 54.000 verläuft, beziehungsweise hier erneut um die 50er-Region das 61,8% Level. Also, was ich jetzt mache, ist, ich lege im Grunde genommen zwei Fibonacci-Bögen übereinander und sehe dann, dass dann aus einer Zeitebene und auch noch mal übergeordneten Zeitebene das einen entsprechenden relevanten Bereich darstellt, dann habe ich diese starke Widerstandsregion, ausgehend von diesen September-Hochs, die hier ausgebildet ist, und diese Trendlinie, was mich zu dem Schluss kommen lässt, dass dieser Bereich hier, oh, Moment, muss ich noch auseinanderziehen, und ich mache den mal rot, dass dieser Bereich hier charttechnisch unglaublich interessiert, also diese Region, charttechnisch unglaublich interessant zu sein scheint, also zwischen 50.000 bis 53.000, 5.000, 54.000, dass diese Region unglaublich interessant zu sein scheint, und eventuell genauer beobachtet werden sollte für einen Bounce und zumindest kurzfristig mindestens bullischen Momentum, eventuell drehen wir so stark gegen diesen Bereich auf, dass wir sogar neue Allzeithochs anvisieren, in Folge zum Beispiel Jahresendrallye, wie auch immer geartet, was auch immer für ein eventueller Hype dort dann in den Dezember hinein stattfinden könnte. Aber diesen Bereich zwischen 50.000 bis 54.000, den sehe ich übergeordnet als unglaublich interessant, und demnach, aktuell bin ich noch nicht aktiv, dass ich eben hier sage, ich möchte jetzt unbedingt diesen Bounce traden, sondern ich glaube, wir haben noch ein bisschen Potenzial auf der Unterseite, aber gegen diese Region, wie gesagt, da wird es, glaube ich, unglaublich interessant, Bitcoin vielleicht nochmal in Betracht zu ziehen. Wir wissen auch relativ zügig dann, wo wir falsch liegen, also das heißt, was du nicht sehen möchtest, ist ein deutlichen Fall zurück unter die 50.000er Region, wo du es also gegen diesen Bereich nicht lange positionieren, Stop knapp auch unterhalb dieser Trendlinie eben entsprechend positionieren, und folglich dann die Positionen in diesem Bereich dann rausnehmen, sofern solch ein Break sich herauskristallisiert, das könnte dann deutliche Eintrübungen nach sich ziehen, aber alles in allem scheint mir dieser Bereich durchaus interessant für Bitcoin Long tatsächlich, und ja, ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Also das habe ich tatsächlich heute früh, deswegen bin ich jetzt auch sehr dankbar dazu, deswegen konnte ich jetzt irgendwas präsentieren, weil ich habe mir das vorher genauer angeschaut, heute früh, ja, habe ich mir heute früh angeschaut, und wie gesagt, da bin ich durchaus interessiert gegen diese Gefilde. Oh, das ist nicht so gut jetzt, einen Augenblick, jetzt muss ich nochmal ganz kurz zumachen, jetzt hat der ein bisschen sich aufgehangen. Crude Oil, sollten wir noch einen Blick drauf werfen, ich habe noch was Spaßiges vorbereitet, in Anführungsstrichen, was Spaßiges, was mir am Freitag mit Ticker gelaufen ist, weil es einfach so, dass es sich so gut in die Gesamtsituation derzeit einfügt, der eine oder andere hat ja vielleicht diese Diskussion mitbekommen, dieses Überregulieren jetzt der Finanzmärkte, die stattfinden sollen, auch im Hinblick auf Neo Broker dann zum Beispiel, Stichwort Payment for Order Flow ist es an der Stelle, was ja durchaus ein Thema ist, was diskutiert werden sollte, aber sollte von Leuten diskutiert werden, die sich mit der Materie auskennen und besonders eben auch das Für und Das wieder diskutieren und nicht nur einfach sagen, die bösen, bösen Hedge Funds wie zum Beispiel Citadel, die im Hinblick jetzt auf Neo Broker in den USA ansässig aktuell ja ausschließlich Robinhood zum Beispiel sich für Order Flow bezahlen lassen oder über den Order Flow, das hat ja auch dahingehend den Vorteil, dass wir als Retail Trader Zugang zu den Finanzmärkten in einem sehr kostengünstigen, attraktiven Umfeld bekommen, ich rede ein bisschen zu viel schon, die schauen gleich drauf, da gab es eine ganz interessante Entwicklung am Freitag, die habe ich auch nur als Spaß tatsächlich so aufgegriffen, Spot Crude hier, jetzt hoffe ich mal, dass hier auch gleich der Chart kommt, das hast du jetzt falsch verstanden, ich wollte eigentlich Spot Crude Oil, so das ist jetzt AMD und das ist Crude, so sehr schön, also wir hatten glaube ich eine möglicherweise voranschreitende Korrektur zum Thema gemacht, kann das sein, ich bin mir sogar sehr sicher, letzte Woche, da kam die Frage auf, wir sind jetzt vorgestoßen in einen charttechnisch unglaublich interessanten Bereich glaube ich, also 76 hier an dieser Stelle, ehemalige Hochs, Stück weit tiefer vielleicht noch die 73er-Region, das hängt so ein bisschen ab, ob wir jetzt schaffen diesen bärischen Grundmodus zu umzukehren, deswegen, ich bin noch nicht aggressiv long gegen dieses Level, aber ich würde auf jeden Fall jetzt anfangen, hier diese Abwärtssequenz mir genauer zu betrachten und zu schauen, ob es dann früher oder später zu einem Break kommt, also ich könnte mir vorstellen, eine scharfe Gegenbewegung findet eventuell statt, wir laufen eventuell zurück in Richtung dieser Trendlinie, attackieren so den Bereich 77, vielleicht laufen wir auch drüber, überschießen hier so ein bisschen, sehen da nochmal ein Pull-in an der Stelle und dann wird es dahingehend interessant, ich will das mal ganz kurz zeigen, auf ein höheres Tief ausbilden, also sprich, ich bin weiterhin für Crude Bullish, so, bei uns, wie gesagt, 77,50, 78 vielleicht könnte sein, dass wir gegen diesen Bereich erstmal uns eben zurückbewegen, dann kommt ein Rücksetzer, also den will ich noch nicht Long spielen an der Stelle, was ich dann sehen möchte ist, und da bin ich dann halt geduldig, da möchte ich sehen, ob wir jetzt ein höheres Tief ausbilden, gegen also diese potenzielle Long-Trigger-Region und wenn das gelingt, also wenn ich hier dann Käufer in den Markt kommen sehe, die aktuellen Niveaus eventuell, 76, so roundabout und sich ein höheres Tief beginnt auszubilden und dann der Break stattfindet und wir diesen Bereich halten, dann wäre das meiner Einschätzung nach ein interessanter Bereich, um sich Long zu positionieren, dann zeigt das, dass wir gegen diesen Bereich, um eben diese ehemaligen Hochs am Nachfragemarkt kommen sehen, dass diese Abwärtssequenz hier potenziell gebrochen wird, also bis dahin ist sie noch nicht gebrochen, deswegen der aggressive Trader, der kauft in Antizipation des Bruchs, der etwas konservative Trader wartet, bis es entsprechend zu einem Bruch dieser Abwärtssequenz kommt und wir uns oberhalb halten können und positioniert sich dann Long mit einem entsprechenden Stop, da muss man abwarten, wie sich dann das Bild darstellt zu diesem Zeitpunkt, mit Erwartung, dass es eben zu einem erneuten Aufdrehen und Rücklauf über das 80er Niveau und tatsächlich höher kommt, CRV-technisch könnte das ziemlich attraktiv sein und ich glaube auch fundamental spricht ein einiges weiteres dafür, dass wir hier weitere Aufschläge in Crude Oil sehen, sofern wir kein höheres Tief ausbilden und das auch noch nicht die Tief sind jetzt hier im Bereich um die 75er Region, sondern wir nochmal unter diese, in dem Fall horizontale Blaufarmeline rutschen, könnte es sein, dass wir nochmal diese übergeordnete Trendlinie dann um 70 anlaufen, dann ist die Herangehensweise sehr identisch, CRV-technisch wird es nochmal nochmal vielfaches attraktiver, weil ich mir dann vorstellen könnte, dass das hier auch ein Level ist, mit dem du mit einem relativ kleinen Risiko in den Trade kommst und wenn du dann darauf spekulierst, dass wir nochmal in Richtung 80 und höher laufen, dann hast du natürlich hier schon 10 Dollar pro Barrel ungehebelt als Potenzial bei einem recht kleinen Risiko, also CRV-technisch wird es dann, denke ich, ziemlich interessant, ziemlich attraktiv. Ja, das zu Crude Oil. Die Verfallstage der einzelnen Werte, jetzt musst du mich kurz aufklären, was du mit einzelnen Werten meinst, also diese Betrachtung im Hinblick jetzt auf Optionsverfall ist für mich tatsächlich nur relevant, jetzt in Bezug hauptsächlich, also das schaue ich mir explizit an, in Bezug auf den DAX und eben auf den Goldverfall. Das ist das, was ich mir hauptsächlich angucke, weil es einfach mein Research-technisches Bild auch in Bezug beispielsweise in Bezug auf DAX-Einschätzungen mit beeinflusst, auch im Hinblick jetzt besonders auf potenzielle Kursziele auf der Oberseite. In Bezug auf Einzeltitel ist meine, also schaue ich mir nicht so viel an, also ab und an gucke ich mal auf Optionsketten, zum Beispiel bei Einzeltiteln, aber also in Bezug auf DAX-Titel sowieso gar nicht, also Cetra-Aktien oder sonst dergleichen und Optionen, die da gehandelt werden, ist mein Fokus da komplett weg, also da schaue ich gar nicht drauf. Ab und an schaue ich mir mal eine Optionskette an, allerdings auch nicht wirklich von mir selbst, sondern wenn ich mal durch eine Idee eines anderen Traders darauf aufmerksam werde, mir da bestimmte Zusammenhänge anzuschauen. Also eigentlich, wie gesagt, bezieht sich meine Analyse der Optionsmärkte Märkte oder der aktuellen Konstellation dort hauptsächlich auf das, was wir im DAX und dann ganz besonders auch im Falle von Gold, kurz vor den Verfallstagen eben sehen. Besonders, wenn sie damit korrespondieren, dass wir jetzt in so ein dünnes Umfeld mit irgendeinem Thanksgiving oder sonst dergleichen laufen. Einfach, weil das sich in der jüngeren Vergangenheit jedenfalls als herauskristallisiert hat, dass da eine besondere Manipulation teilweise des Goldpreises eben sich nach sich zieht oder auf den Weg gebracht wird. Was wiederum natürlich besonders dann für mich von Relevanz ist, sollte ich eben just zu dieser Zeit entsprechend eben eine Position halten. Also wie jetzt aktuell beispielsweise. Und da schaue ich da noch mal ein bisschen detailliert hin. Aber das sind tatsächlich die einzigen zwei Märkte, wo ich da drauf schaue. Ja, das, was ich vorbereitet hatte, also einfach, wenn der ein oder andere darüber stolpert, weil da auch eine Begrifflichkeit beginnt, eine Rolle zu spielen, die vielleicht dann früher oder später mal im Bereich Finanzberichterstattung auch anfängt ein Thema zu sein, DAO, da schauen wir gleich drauf, was das ist, dann wisst ihr ungefähr mal so, in welche Richtung das geht. Einfach nur, um so einen groben Überblick darüber zu behalten, damit ihr in Anführungsstrichen mitreden könnt, falls das mal zum Thema wird. Und zwar gab am Freitag, das ist eine dahingehend witzige Headline, und zwar hat der CEO von Citadel, nämlich Ken Griffin, das ist also Citadel ist der, ich nenne ihn mal jetzt Liquiditätsanbieter, besonders für dann an der Stelle Robin Hood. Es sind die Schlagzeilen gekommen, es ist hier vom Wall Street Journal zum Thema gemacht worden, der hat nämlich eine Auktion, hat er sich beteiligt und hat für 43,2 Millionen US-Dollar eine First Edition Copy, also das heißt eine Erstausgabe oder ja, der US-Verfassung hier ersteigert. Und er hat jetzt diese entsprechend geplant, an das Kunstmuseum in Arkansas zu verleihen, also an solches würde man sagen, es ist so spektakulär, es ist deswegen so interessant. Zum einen natürlich, weil man sich jetzt die Frage stellt, ob er, bevor er das verleiht hat oder plant zu verleihen, ob er dann noch einen Zusatz in die US-Verfassung mit reingenommen hat, dass Payment for Order Flow ein Grundrecht ist, da habe ich mir keinen Spaß draus gemacht. Das war so ein erster Gedanke, der bei mir tatsächlich auf den Weg gebracht worden ist. Aber interessanter war in dieser Konstellation, dass es geht aus dieser Headline, geht das jetzt gar nicht so hervor. Doch, doch, da geht's, doch, da kann ich sehen. Citadel CEO Ken Griffin outbid a group of Crypto-Investors. Also, der hat sich hier hingestellt und hat diese Erstausgabe der US-Verfassung gegen ein Konsortium von Crypto-Tradern tatsächlich steigert, die da tatsächlich ebenfalls sich betätigt haben. Und dieses Konsortium ist bekannt als sogenannte DAO, und zwar Dezentralisierte Autonome Organisation, das ist natürlich die deutsche Übersetzung, wir können mal ganz kurz hier schauen, Decentralized Autonomous Organization, DAO, das ist das Kürzel dafür. Und das ist der deutsche Wikipedia-Artikel hier, findet ihr in der Chatbox unterhalb des Videos. Damit bezeichnet man eine Organisation, die durch ein transparentes Computerprogramm kodiert wird. Und das Programm wird weder von Aktionären gesteuert, noch von einer Zentralregierung beeinflusst. Also, ja, klassische Blockchain-Überlegung, beziehungsweise demokratische, demokratisches Konsortium an der Stelle eben. Die Aufzeichnung der Finanzantragung mit Premier oder da bla bla, ist über eine, das ist genau rechtliche Status dieser Art, ist unklar, okay, fair enough. Und was es hier geht, ist tatsächlich, das ist so eine, wie so eine Crowdfunding-Plattform. Also, das heißt, die sammeln über entsprechende Krypto-Mechanismen, in Anführungsstrichen, ja, umgesprochen, sammeln die Gelder ein. Und das sind natürlich transparent. Also, du weißt vorher, dieses DAO, wie viel Kapital die haben, was natürlich jetzt die Frage aufwirft, ob dieses Wissen und diese Transparenz nicht dann von Griffin vielleicht genutzt worden ist, um sagen zu können, ich outbilde die, weil ich einfach nicht will, dass irgendwelche Freaks hier an der Stelle diese Erstausgabe der US-Verfassung eben bei dieser Auktion gewinnen können. Also, das heißt, spielt sich vielleicht auch so ein bisschen ernst auf als der Weiße Ritter, vielleicht auch ausgehend von seiner jüngst doch sehr, sehr kritischen Berichterstattung, die man in den US-Medien eben hat verfolgen können. Wie gesagt, durch diese Verbandelung mit Robin Hood und der Frage, besonders im Hinblick auf Memestalks, GME und AMC und dergleichen, ob es da nicht hier eventuell eine Manipulation im Hintergrund gab und wie auch immer, also was auch immer die Motivation ist, um was es mir hauptsächlich geht, warum ich das zum Thema mache, ist, dass man hier mehr und mehr erkennt, dass solche Krypto-Gegebenheiten beginnen eine Rolle zu spielen und das durchaus auch Sinn macht, sich damit schon jetzt beginnen auseinanderzusetzen, weil es früher oder später, wahrscheinlich eher später, würde ich jetzt mal gefühlt sagen, wobei sich die Beschleinigung doch jetzt aktuell in unserer gesellschaftlichen Entwicklung dramatisch in auch anderer Hinsicht darstellt, deswegen, ich würde es nicht von der Hand weisen, dass es vielleicht doch dann relativ zeitnah ist, hauptsächlich, worum es mir geht, ist einfach dafür schon eine Sensibilisierung zu schaffen, dass man diese Überlegung, DAO beispielsweise, NFTs und dergleichen, dass man das nicht nur als kurzfristigen Hype vielleicht so abcancelt und das sagt, naja, was ist denn das für ein Quatsch, nehmen wir jetzt mal nicht DAOs an der Stelle, sondern NFTs, Non-Fungible Tokens, wo wir dann irgendwelche Pixel haben, die irgendwie einzigartig zusammengesteckt sind und dann zig Millionen mehr oder minder da bezahlt werden, für diese verpixelten Bilder, man muss darüber hinausgehen, vielleicht das Gesamtkonzept hier berücksichtigen und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieser Blockchain-Technologie, Smart Contracts im Hinblick auf NSTs zum Beispiel, spielt Ethereum eine ganz wesentliche Rolle, was auch wiederum die Frage aufwirft, ob Ethereum nicht in Anführungsstrichen, das ist natürlich eine sehr, sehr plumpe Aussage, aber das bessere Bitcoin ist, ausgehend von seinen vielfältigeren Verwendungsmöglichkeiten, durchaus eine interessante Frage, der man sich auch widmen sollte, also anders formuliert, der eine oder andere kommt vielleicht auf die Idee, sagt, naja, ich überlege irgendwie in Krypto zu investieren und versuche was, überlege was in Krypto zu machen, da muss ich allerdings die Frage stellen, ist Bitcoin, das ist zwar sicherlich der interessantere Markt, also der reichwertenstärkere Markt, aber Ethereum scheint mir durch seine Technologie einfach um ein vielfaches langfristig vielversprechender in dieser Konstellation, wie gesagt, durch die Gegebenheit, wie gesagt, NFTs und dergleichen, deswegen stellt sich so ein bisschen schon die Frage, ob besonders bei längerfristigen Krypto-Engagements, sofern man sie plant, sofern das das Risikoprofil zuletzt und dergleichen ausgehend von der erhöhten Volatilität, aber eventuell Ethereum dann nicht die attraktivere Komponente ist, also dass man da so ein bisschen versteht, warum ich das hier auch zum Thema mache, weil ich denke, dass es durchaus ein Thema ist, was uns auch zeitnah noch beschäftigen wird. Ja, also das an dieser Stelle, falls ihr das lesen solltet, wie gesagt, das hat mal eine lustige Geschichte, man kann lustige anektydischen darum herum erzählen, was aber viel, viel interessanter ist und wo es dann ernst wird, ist, was da sich herauskristallisiert hat, was es dort auf sich hat mit diesem Outbuilding dieser Krypto-Vereinigung, diesem DAO und darüber hinausgehend eben weiteren Gedanken, die man sich dann über diesen Wikipedia-Artikel zum Beispiel zunächst erstmal, was ist das und so weiter zusammen suchen oder zusammen lesen sollte, weil ich denke, dass das auch langfristig durchaus ein ernstzunehmendes Thema bleiben wird, sein wird. So, das wäre es meinerseits gewesen. Ja, soweit zum Wochenstart. Also, abonniert gerne den Kanal, falls euch das Video gefallen hat, weil ihr es noch nicht getan haben solltet, lasst gerne ein Like hier. Wie gesagt, Links zu den diversen hier im Webinar verwendeten Webseiten findet ihr unterhalb dieses Videos, zwecks dann euch auch selber nochmal da einlesen in dieser jeweiligen Thematik. Nächstes Morning Meeting, morgen um 10.30 Uhr gemeinsam mit Markets. Habt auf dem Schirm heute nachbörslich Zoom mit Zahlen, könnte ganz interessant werden, ist potenziell ein Titel, der dann auch morgen Post-Earnings eben für uns ein Kandidat ist, heiß zu sein. Ja, und das wäre es soweit meiner seits erstmal gewesen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelsstar, Capitrading. Passt auf, stopst auf. Wir hören uns wieder morgen 10.30 Uhr zum Morning Meeting. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.